Schönes Winterwetter, schönes Elektroauto und eine schöne, spannende Frage, die viele Leute auch ein bisschen beschäftigt. Was passiert mit dem Elektroauto, wenn du im Winter in eine Autobahnvollsperrung kommst? Weil, Problem ist ja, du stehst, verbrauchst aber trotzdem Energie, weil du hier heizen musst und ein paar andere Nebenverbraucher auch aktiv sind. Genau das probiere ich jetzt aus mit dem Fiat 500e. Also jetzt kein Luxus-Elektroschlitten, hat auch keine Wärmepumpe, ein ganz normaler Elektro-Kleinwagen, der seinen Dienst aber eigentlich zuverlässig tut. Akku ist bei 50%. Ich setze mich da jetzt rein, simuliere meine Autobahnvollsperrung bei 22 Grad Heizung für drei Stunden. Schau mal, ob ich danach abgeschleppt werden muss oder ob ihr das von der Energie hinbekommt. Bei 50% Akku füllen Stand wird das schon hinbekommen, aber die Frage ist, wie viel Energie geht drauf? Wenn ich jetzt vielleicht nur mit 10, 20% hier stehen würde, würde das ein Problem werden. Wollen wir sehen. Außentemperatur, minus 3 Grad angezeigt vom Auto. Ariane, übrigens, herzlich willkommen bei Kurz Erklärt von meinauto.de. Ich bin der Alex und den Fiat 500e haben wir auch tatsächlich bei meinauto.de gekauft. Super Sache, emotionale Auslieferung, hat mir getaugt, mein Bruder fährt den im Alltag und ich freue mich auf dieses Experiment. Drei Stunden, ich mache es mir gemütlich. Unsere drei Stunden sind rum, yo. Und wo sind wir gelandet? Bei 38% und 64 Kilometern. Also minus 12 Prozentpunkte und minus 30 Kilometer. Man muss bedenken, der Fiat 500e hat einen relativ kleinen Akku, da kann man mal recht schnell 12 Prozentpunkte beim Heizen verlieren, weil es eben doch bei diesen kalten Temperaturen recht energieintensiv ist. Trotzdem muss man schon sagen, man steht selten in einer drei Stunden Vollsperrung und dann selten ist der Akku so wirklich problematisch leer, dass diese 12 Prozentpunkte dann tatsächlich sehr dramatisch sind. Man kann im Zweifel natürlich auch einfach die Heizung runterdrehen und da wieder ein bisschen Energie sparen. Also ich würde sagen, in einem ganz normalen Szenario, wo du vielleicht mal eine halbe Stunde im Stau stehst und es hat plus 8 Grad oder so, hast du so gar keine Probleme. Und selbst in so einem relativ ungewöhnlichen Szenario, bei Minusgraden drei Stunden zu stehen, hast du, außer der Akku ist wirklich sowieso schon von vornherein ziemlich leer, kein großes Problem. Und nur in so absoluten Extremszenarien wie 10 Stunden Vollsperrung, minus 10 Grad und der Akku ist auch nur bei 10 Prozent am Anfang, da wird es natürlich schon sehr eng. Aber in jedem anderen Szenario, Leute, macht euch keine Sorgen, können ihr auch doch auch mal in der Vollsperrung stehen, auch im Winter.